Nein, Mark of the Web ist nicht der cringy Nickname von irgendeinem Mark, der was mit Internet macht. Die Hacks der Woche mit Martin Haunschmid. Herzlich willkommen zu den Hacks der Woche. Ich glaube, ich habe wirklich noch nie über das Mark of the Web geredet. Also was ist das? Das ist ein Flag, ein Wert, der bei Dateien gesetzt wird, die aus dem Internet heruntergeladen werden. Und wenn man diese Dateien, die aus dem bösen Internet kommen, dann versucht zu öffnen, dann gibt es zum Beispiel in Windows diese Warnung. Das ist ein Weg, wie man Nutzer und NutzerInnen mit einer zusätzlichen Sicherheitsmeldung vor Gefahren, die eben solche Dateien mit sich bringen, warnen kann. Und weil das natürlich die Conversion Rate von Schadsoftware verringert, eine zusätzliche Meldung, sind wahrscheinlich ein paar Prozent Personen, die das weniger aktivieren oder ausführen, die Schadsoftware. Das ist natürlich für Cyberkriminelle ein Problem. Und deswegen gibt es da ein Katz-und-Maus-Spiel, wie man am besten Dateien an die Endnutzer und NutzerInnen bringt, sodass die mit möglichst wenig Klicks und möglichst wenig Warnungen irgendwie doch noch unseren Schadcode ausführen. Von bestimmten ZIP-Dateien bis hin zu ISO-Files, die dann gemountet werden und da drin ist dann die Schadsoftware, gibt es da eigentlich alles an Taktiken, was man so sieht. Und da gibt es jetzt eine Lücke ab Windows 10, mit der es möglich ist, dass JavaScript-Dateien dieses Mark of the Web umgehen können. Das existiert dann zwar, aber es gibt keine Sicherheitswarnung. Und hier geht es nicht um JavaScript-Dateien, die auf Webseiten irgendwie nachgeladen werden, sondern eben um JavaScript-Dateien, die am Windows standardmäßig auch ausgeführt werden, wenn man die doppelt klickt. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Cyberkriminelle und es gibt schon eine Ransomware-Gruppe, MagniBear heißt die, die diese Taktik verwendet, um Privatkunden und Privatkundinnen zu infizieren mit Ransomware. Also wenn hier das Handling dieser Dateien von Microsoft nicht angepasst wird, dann erwarte ich, dass diese Taktik viel mehr Anwendung finden wird. Aber was kann man dagegen tun? Da gibt es nämlich Möglichkeiten. Das kommt am Ende des Videos bei den Lessons Learned. Zu Microsoft. Die haben es geschafft, einen Cloud-Speicher falsch zu konfigurieren und haben damit die Daten von potenziell über 65.000 Unternehmen veröffentlicht. Es ist ein Thema so alt wie die Cloud selbst, falsch konfigurierte Cloud-Dienste. Allen voran hier die Online-Cloud-Speicher, zum Beispiel die Buckets bei Amazon oder der Blob Storage in Azure. Und da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Microsoft selbst so einen Speicher auf öffentlich setzt und damit einen Datenleak erzeugt. Sockradar hat den gefunden und gemeldet und es handelt sich bei den Daten, die da gefunden wurden, um diese Dinge. Diverse B2B-Dokumente zwischen Microsoft und ihren Kunden. Und wie Microsoft reagiert hat, lässt mich etwas stutzig werden. Die haben das nämlich nicht gemeldet an Behörden. Und auch die Benachrichtigung der betroffenen Unternehmen lässt zu wünschen übrig. Da haben sie zwar jetzt ein wenig zurückgerudert und man wird jetzt auch richtig informiert. Aber wenn meine Daten als Unternehmen da drin sind, da sind Unterschriften dabei, da sind Angebote, was auch immer drinnen, dann würde ich da schon gern richtig informiert werden von einem Unternehmen, das da einfach den Fehler gemacht hat und diese Dinge auf öffentlich gesetzt hat und auch nicht schnell reagiert hat. Das haben schon einige Leute vor längerer Zeit schon gesehen. Das Ding war auch in den Suchmaschinen schon indexiert. Und ja, das geht besser. Zu den Lessons learned beim Mark of the Web bzw. generell bei dieser JavaScript Mark of the Web Bypass nenne ich es jetzt einfach mal, kann man sich überlegen, ob man denn das Ausführen von Skripten via AppBlocker blockiert. Der AppBlocker ist ein Feature von Microsoft, wo man bestimmte Ausführungen einfach verhindern kann. Da kann man zum Beispiel bei Skripten jetzt in diesem Fall die Standardregeln hinzufügen und dann ist es nur mehr erlaubt, Skripten aus dem Program Files Ordner, dem Windows Ordner auszuführen oder wenn man Admin ist, darf man alles. Und damit kann zum Beispiel die Ausführung von Skripten, die gerade irgendwo heruntergeladen wurden oder so, verhindert werden. Wenn eure Nutzer nicht Admins sind. Ansonsten größer betrachtet, ist nicht konkret auf diese Taktik bezogen. Irgendjemand wird immer auf irgendetwas draufklicken, das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Und deswegen kann man sich mit entsprechenden Endpoint Protection Lösungen absichern. Die reagieren dann und die beobachten auch das entsprechende Verhalten von Nutzern am Rechner und können dann dementsprechend reagieren bzw. zumindest warnen. Und das geht auch relativ günstig für das, wie groß der Hebel eigentlich ist, wenn man so eine Software einsetzt. Zu diesem veröffentlichten Cloud Storage. Die Cloud Anbieter haben immer mehr Angebote. Es wird immer komplexer, da überhaupt noch den Durchblick zu behalten. Und genau deswegen auch sollte man einfach die IT Security in diesem Bereich einfach nicht vernachlässigen. Hier also meine Empfehlung, sich damit zu befassen, dass man in irgendeiner Form vielleicht sogar ein Monitoring hinkriegt, dass über alle Cloud Speicher in der Organisation im Account drüber geht und das warnt, sobald irgendetwas öffentlich ist. Da gibt es zum Beispiel im Twitter Thread von Kevin Boumont, da habe ich das gefunden. Da gibt es zum Beispiel eine Query für den Microsoft Sentinel, aber das kann man sich auch eigentlich selbst skripten. Da meine Empfehlung zu wissen, welche Cloud Speicher haben wir und noch einmal gegen zu checken, was ist die Konfiguration, sind die eh nicht öffentlich. Meine Frage an dich jetzt, habt ihr Cloud Speicher? Wenn ja, wie verwendet ihr die? Wie stellt ihr sicher, dass da nichts öffentlich wird? Oder sind das eh nur für irgendwelche Assets der Webseite oder so? Lass es mich wissen in den Kommentaren. Und wenn du einen Pentest oder IT Security benötigst, dann melde dich unter martin.adversary.at Vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren bzw. mir auf LinkedIn zu folgen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.